Hallo und ganz herzlich willkommen. Dieses Video heißt Übungsaufgaben zur Gasgleichung. Du kennst die universelle Gasgleichung, die universelle Gaskonstante und den Satz von Avogadro. Nachher kannst du verschiedene Aufgaben zur Gasgleichung lösen. Der Film besteht aus 5 Abschnitten. 1. Die universelle Gasgleichung 2. Zwei wichtige Volumina 3. Druckbestimmung ohne Manometer 4. Wir messen die Temperatur 5. Bestimmung der molaren Masse 1. Die universelle Gasgleichung P mal V ist gleich N mal R mal T Es fließen ein Der Druck Der Druck P in Newton pro Quadratmeter Das Volumen V in Kubikmeter Die Temperatur T in Kelvin Und die Gaskonstante R Es handelt sich um eine universelle Gaskonstante. Ihre Einheit ist Joule pro Mol und Kelvin Die Stoffmenge N hat die Einheit Mol Ganz wichtig N ist gleich Klein M durch Groß M Die Masse des Gases in Gramm Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern Probiere es am besten sofort aus Auf www.sofatutor.com das war Sort Short Ich seed mich jetzt Todos Tag 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 Vielen Dank.